Heute erzähle ich euch die Ziggy-Kid-Geschichte vom Versteckspiel der Buchstaben. Die fünf Mimimi-Freunde, Hund, Elefant, Frosch, Panda und Eisbärmädchen wollen im Garten spielen. Da sehen sie ein großes Blatt Papier auf der Wiese liegen. Da steht was drauf, rufen sie. Der Frosch kann lesen. Bitte, lies es uns schnell vor, rufen die Mimimi-Freunde ungeduldig. Der Frosch schaut sich das Blatt Papier an, stutzt und dann liest er vor. Herzlich willkommen beim Versteckspiel-Trip-Stupen. Hä? Hast du das verstanden? Die Mimimis auch nicht. Lies noch mal vor, rufen sie. Der Frosch liest wieder. Herzlich willkommen beim Versteckspiel-Trip-Stupen. Die Mimimis schauen sich ratlos an. Vielleicht ist das eine andere Sprache, schlägt Eisbärmädchen vor. Vielleicht ist es chinesisch? Panda schüttelt den Kopf. Nein, chinesisch klingt anders. Ich weiß das. Hm, vielleicht ist es afrikanisch, schlägt der Hund vor. Der Elefant schüttelt den Kopf. Nein, eine afrikanische Sprache ist es auch nicht. Damit kenne ich mich aus. Was könnte das nur heißen? Seltsam. Der Frosch hatte eine Idee. Es fehlen ein paar Buchstaben in den Wörtern. Deshalb klingt das so seltsam. Ach so, murmeln die Mimimis. Das Eisbärmädchen überlegt. Vielleicht haben die Buchstaben sich versteckt? Der Elefant ruft begeistert. Au ja, bestimmt sind sie im Garten. Los, wir spielen Buchstaben suchen. Der Hund wedelt freudig mit seinem Schwanz. Hurra, ich mach auch mit. Und schon geht's los. Versteckt oder nicht, wir kommen, rufen die fünf Mimimifreunde. Dann eilte jeder los und suchte im großen Garten nach Buchstaben. Es dauert nicht lange. Da ertönt aus dem Busch ein Törrö. Ich habe ein E gefunden. Schau mal. Der Elefant freut sich riesig, dass er den Buchstaben E entdeckt hat. Das E hatte sich mitten im Busch versteckt. E wie Elefant, ruft der Elefant. Das ist mein Buchstabe. E wie Elefant und E wie Erdbeere, E wie Erbsen, E wie Erdnüsse, E wie Esskastanien und E wie Zuckerstückchen. Halt, kleiner Elefant, Zuckerstückchen, das fängt aber nicht mit E an. Da lacht der Elefant, stimmt, aber ich esse auch Zuckerstückchen gerne. Während der Elefant fröhlich in seinem Busch hockt, das E festhält und über all die leckeren Dinge nachdenkt, die mit E anfangen, sind die anderen Mimimis noch am Suchen. Der Hund sitzt auf der Wiese und schaut sich einen Schmetterling an. Warum suchst du nicht, kleiner Hund? Der Hund kichert. Ich habe meinen Buchstaben doch schon längst gefunden. Hunde sind Profis im Versteckenspielen. Das stimmt, Hunde haben eine sehr gute Nase. Damit finden sie alles. Was für einen Buchstaben hat Hund entdeckt? Der Hund sagt es uns. Es ist ein U. Ein U? Was ist denn das für ein lustiger Buchstabe? Der kleine Hund lacht und bellt. U wie eine Uhr. Damit weiß ich immer, wie spät es ist. Und U wie ein U-Boot. Und U wie ein Ufo. Wow! U-Boot und Ufo. Das sind ja spannende Begriffe. Der Hund sitzt zufrieden da und grinst. Ja, ich mag mein U. Und während der Hund glücklich an sein U denkt, hört man plötzlich ein lautes, helles I. Das ist Eisbärmädchen. Sie hat ihren Buchstaben auch entdeckt und ist voller Freude. Es ist ein I. Ich liebe Iis, ruft sie fröhlich. Sag, warum findest du dein I so toll? Mit einem I kann ich in den Urlaub fahren. I wie Italien. I wie Irland. I wie Indien. I wie Insel. Mit einem I kann ich an so viele schöne Orte fahren. Ich kann mir die ganze Welt anschauen. Ja, das sind schöne Länder. Italien, Irland, Indien oder eine Insel. Da bekommt man ja gleich Lust darauf zu verreisen. Eisbärmädchen freut sich, so einen tollen Buchstaben gefunden zu haben. Aber wo ist eigentlich Panda? Ich bin hier, ruft er und zeigt, welchen Buchstaben er gefunden hat. Es ist ein A. Das A hat sich hinter dem Apfelbaum versteckt, erklärt Panda. A wie Apfel. Beim Apfelbaum krabbelte auch eine Ameise. A wie Ameise. Und in der Baumkrone sang eine Amsel. A wie Amsel. A wie Apfel, Ameise oder Amsel. Das ist auch ein schöner Buchstabe. Findest du nicht? Panda lacht. Es gibt so viele schöne Wörter mit A. Apfel, Apfel, Ameise, Amsel, Ananas, Angler, Arzt und Astronaut. Aprikose, Auto, Adler und Wurm. Wurm? Wurm? Ist denn ein A in Wurm drin? Panda kichert. Natürlich nicht. Aber dafür ein Affe. Ich mag Affen. Ja, Affen mag ich auch. Apfel, Ameise, Amsel, Ananas, Angler, Arzt oder Astronaut. Aprikose, Auto, Adler oder Affe. Jetzt haben wir alle Buchstaben gefunden, oder? Halt! Nein, es fehlt noch jemand. Genau. Unser Frosch. Wo ist er nur? Hola, ruft es quakend aus einem Busch mit weißen Blüten. Guck mal, da ist er ja. Frosch, warum sitzt du denn im Busch? Frosch, weil sich hier mein Buchstabe versteckt hat, erklärt Frosch und hält ihn hoch. Schau mal, der Buchstabe sieht dir aus wie ein Ball oder wie ein Ei. Wie ein Osterei, kichert Frosch, denn es ist ein O. O wie Osterei oder O wie Osterhase. Aha, und was gibt es noch für Wörter mit O? Der Frosch verrät es uns. O wie Obstsalat. O wie Orange. O wie Olive. O wie Oma. Und O wie Opa. Und dann sagt Frosch, ich mag mein O. Denn O wie Orange, das ist auch die Farbe von meinem Halstuch. Das O passt einfach zu mir. Und dann hüpft Frosch los und trägt sein O zu dem Blatt Papier. Auch die anderen Mimimis bringen ihre Buchstaben dorthin. Jetzt nimmt jeder Buchstabe wieder seinen Platz ein in den Wörtern, die auf dem Papier stehen. Lies uns jetzt mal vor, was da steht, rufen die Mimimis gespannt. Sie können es kaum erwarten. Frosch hält das Papier hoch und liest jetzt laut vor, was da steht. Herzlich Willkommen beim Versteckspiel der Buchstaben. Da müssen alle Mimimi-Freunde lachen. Diesen Satz haben bestimmt die Buchstaben geschrieben. Sie wollen mit den Mimimis Verstecken spielen im Garten. Das ist ihnen gelungen. Das war eine prima Idee von dem Buchstaben Lacht Hund. Ja, ruft Elefant. Nur schade, dass das Versteckspiel schon vorbei ist. Eisbärmädchen hat eine Idee. Wir können doch weiterspielen. Ich zähle. Dann hält sich Eisbärmädchen ihre Augen zu und fängt an zu zählen. Eins, zwei, drei, vier. Schnell rennen die anderen Tiere weg und verstecken sich im Garten. In den Büschen, hinter den Bäumen oder im dichten Gras. Ob Eisbärmädchen sie finden wird? Na, was meinst du?